Hey Leute, what's up? Moonboon hier, herzlich willkommen zurück bei Arena mit Jerez und Moonboon. Hallo Jerez. Hallo Moonboon. Wir befinden uns immer noch im Jadewald, wie auch schon letzte Woche, aber wir sind umgezogen auf diese geile große Glocke. Was ist das? Denn wir stehen auf große Glocken. Nicht wahr, Jerez? So ist es. Sie hängt hier unter irgendeiner Brücke, die quer durch den Jadewald geht. Ist ziemlich groß und mächtig und wir sind auch ziemlich weit oben. Also der Boden da unten. Ziemlich weit entfernt. Da wird man schon tot, glaube ich, wenn man da runter springt. Probieren wir am Ende der EP, würde ich sagen. Okay. Wir sind wieder unterwegs mit derselben Kombo Feuermage und Vorrohrkrieger. Einfach weil es doch dann noch richtig gut geklappt hat am Schluss, letzte Woche. Ja, mit den AFKlern. Mit den AFKlern hat es gut geklappt. Die unvorbereiteten Spielern, die konnten wir alle gut umnachsen. Das war echt gut. Nur die normalen Gegner, die haben wir so nicht auf die Reihe gekriegt. So ist es. Oh, leck, Kampfschuhe, Verstärker-Scharmi. Okay. Sag mal, Verstärker-Scharmi, ich glaube, das ist das Einzige, was ich in Warlords nicht wirklich gezockt habe im PvP. Ich habe es mal so ausprobiert, aber ich bin immer so schnell down gegangen. Ja, ich habe da lieber den Heal, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht müsste ich das mal wieder angehen. Wenn mir Overwatch keinen Spaß mehr macht und Final Fantasy keinen Spaß mehr macht, dann probiere ich mal irgendwann den Verstärker-Scharmi. Ja, 2020. Warst du Bängel? Äh, ja. Jetzt. Oh, hier noch ein Tisch. Danke. Ich okay. Ah, wobei gehen wir überhaupt? Wir gehen auf den Shrek. Okay. Geh weg mit mir. Ja, geh mal unten rum. Ah, hat unten rum gesagt. Ich bin, Achtung, bei mir. Oh, Leute, Börsen hart. Oh. Okay. Oh, Leute, ich bin hart zu zählt. Oh, Leute. Oh, Leute, was? Was passiert? Triff, triff. Da ist er da. Oh, Aber der Dings, der, ich bin jetzt auch gleich da und es wird wieder ein One-on-One hier. Oh, nein. Doch. Nein. Aber das war schon gut, dass wir ihn, hat man erlebt noch? Nee. Nee. Doch. Doch. Wie hat er denn das gemacht? Ich dachte, der war down. Ich auch. Da hat er wohl hart gewanischt. Heißt, Schellen mal. Aber das macht gar nichts. Lollen, der Sound fällt aus. Ah, jetzt ist er schon. Der Sound? Das ist immer in Dalaran, wenn dieser Wasserstrahl dann wieder angeht, dann, äh, gehen bei mir die Sounds aus. Sag mal, wie lange lebst denn du eigentlich? Ja, ja. Der Papa macht's. Ah, der Schami heilt da hinten. Der macht heilende Woge. Ach, schade. Krass, ich dachte echt, er wäre down gewesen. Ja, ich auch. Darum habe ich mich gar nicht mehr groß mit ihm beschäftigt. den Schami habe ich noch gut runterbekommen. Ja, ich habe es gesehen. Das wäre jetzt was gewesen für den ersten KfG. Mann. Mann. So Jürgensel. Manni. Rup. Ja. Die große Glocke. Ich wusste, ich habe es genau gewusst. Da kann man sogar, da kann man sogar hoch, oder? Obwohl, hängende Glocken sind nicht so. Schöne Bänkchen hier. Oh, Leute. Wenn man sich da, Oh, du nimmst ja frechschneid. Musst du jetzt auf mich draufstehen hier. Ach, nimmst schon wieder Dalaran. Das nennt man Yoga. Oh, Wildheit. Treffsich halt. Das nennt man Yoga. Scheiß, Wildheit, Treffsicherheit, Bengals. Das ist Dreikträger. Vielleicht. Dreik, genau. Ah ne, gegen die haben wir ja verloren letzte Woche. Vielleicht sind es ja die gleichen wie letzte Woche. Ich glaube, das könnten echt die gleichen sein wie letzte Woche. Ja, ewig. Die spielen zufällig heute wieder. Könnte sein. Jetzt habe ich aber viel Kekse mitgenommen. Mana Puffer. Die geht ja sowieso weg. Mana Puffer. Das ist wie Kartoffelpuffer, nur aus Mana. Ja, wir gehen auf die Kekse. Katze. Ja. Kriegen wir schon hin. Natürlich. Ich spring gleich hinten rüber. Hinten rüber. Ja, so. Leute, wieso gar nicht denn hier? Wir wegen dem Strahlen. Ach, wegen dem Strahlen. Ich habe sein Pad. Okay. Ah, ich habe die Katze. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Er hat Dingens gezogen. Liegen wir jetzt schon wieder drin. Nein, Katze ist schon stauen. Wo ist sie? Ist sie da? Ja, sie ist da. Ja, natürlich. Alter, da war jetzt die ganze Zeit geschiebt. Jetzt habe ich es echt mal. Hey, mach mal was. Mach mal was hier. Laber nicht. Hab' da, hab' da, hab' da. Der killt mich ab. Ja, der geht. Der Kite. Geh weg. Ich muss doch Siegesrauschen. Ich brauche Leben. Oh. Okay, jetzt geht er sowieso auf mich. Oh, jetzt ist der Siegesrausch vorbei, echt? Was für eine Scheiße. Dreckiger, garschiger, rotziger Fotzenjäger. Dreck, Dreck. Jetzt habe ich dich. Bam. Fick runter, du Marsch. Drücke dir die Box rein. Oh, nice. Schiebe dir deinen Bogen in den Arsch und dann spann' ich ihn auf und feuer ihn ab. Ähm, ja. Er wäre ein guter Gytherologe. Ich hab' gewonnen. Ja, lol. Sag' ich jetzt mal. Eben schauen. Du hast auch gewonnen. Ein wenig. Dreiviertel. Ja, zwei Kittis. Zwei Kittis und ne Bank. Das hab' ich eigentlich für einen riesen Aufholcap. 38.200. Alter, das ist doch nicht normal. Was hast du eigentlich da gemacht? Was denn? Als du da rumgestanden bist und nun gelabert. Geschiebt hab' ich ihn. Achso. Okay. Ich denke mir, was ist eigentlich los? Da verliert er auch kein Leben und ich werde ja schon seit drei Minuten gekaltet. Nee, der konnte ihm nicht helfen. Nichts konnte der. Okay. Darum. Das war alles. Eben. Das war alles Taktik. Okay. Wäre ich diesen... Oder darf ich jetzt überhaupt reden noch? Ja, ja. Du darfst reden. Dann bin ich wieder zusammengeschissen. Nee, nee. Du darfst reden. Sicher. Nee. Gut. Ryuichi, du geh noch krass. Ähm. Geh mal auf den Shurky. Das die gleichen? Kampf. Hä? Hatten wir das schon mal, die Combo? Weh mir ist nicht sicher. Ich springe auf jeden Fall nach unten. Durch den Strahl. Ja, ich hab's. Na? Oh, lol. Okay, ich bin desorientiert. Shurky ist fast down hier. Er ist fast. Okay. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich schiebt. Ähm. Ich weiß nicht, wo er ist. Geh mal außer Reichweite vom Mensch. Schiebt. Ah, ich schieb ihn halt die ganze Zeit. Fuck, wo ist der Bengel? Ja, jetzt gehen wir halt auf den Ding. Ja. Weil das... Sonst sind am Ende alle wieder... Das Shurky ist wieder da. Switch. Ich geh in den Block. Jetzt ist er wieder weg. Okay. Mädchen ist CC'd. Okay, Shurky bei mir. Ja. Oh Gott, ich bin verstaunt. What the hell? Ja, geh weg. Ich geh auf Shurky, wenn ich rankomm. Oder... Alla! Ey. Das geht mir schon, das so auf den Sack hier. Nein, ich hab... Belagerungsbrecher in den Shurky reingeballert. Das macht ihm nichts. Ah lol. Nichts. Ja. Dieser Mage hat mich so geslowt, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Ja, ne? Das ist wie die Mälie im fucking Overwatch. Jetzt gibt's eine Abkühlung. Was sagt sie auf Englisch? Weiß nicht. Soft spielig sindig. Soft spielig sindig. Ich sag, let it go. You have to let it go. Can't hold it back anymore. Ich freu mich schon, wenn wir nachher da runterspringen, Baby. Oh ja, oh ja. Wollen wir von hier? Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Rasta, Mann. Rasta, Mann. Furore. Oh, wer spielt einen Furore in der Arena? Oh nein, nur Nerds. Oh, der Axel ist da. Axel. Oh, laut, mit im Kopf. Aber im Moment spielt er alleine. Wieso? Oh, das wäre so geil, wenn wir wieder so einen Free-Bin kriegen würden. Oh, laut. Da fielst du in diesem Thema. Auf wen gehen wir? Es sind zwei Millis, das ist gut. Die können wir kiten. Also du kannst die kiten. Ja, wir gehen erst auf den Furore. Ja, ja, ja. Dann kannst du den Parler wieder so lohnen. Oh, laut. Ich hab, glaube ich, keine Kekse. Scheiße. Dann hopp, hopp. Sieh zu, sieh zu. Sieh zu, sieh zu, nun denn, nun denn. Oh, laut, soll du mal unsichtbar gehen? Soll ich voll reingehen, oder nicht? Ja, oh, oh. Wo bist denn du? Ich seh dich gar nicht. Ich bin hinten, bei Ihnen. Alle, der ist unten. Ja, sind alle unten. Geschiebt. Und... Nein, das war gar nichts. Ja, das sieht man nochmal. Betäubt. Nicht mehr betäubt. Ja, auch. Verwandt. Nicht mehr verwandt. Gut, da müssen wir... Oh, oh, oh. Alter, wie so... Oh, lol. Das war echt... What? 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 Hat das N-Walk gesagt? Nigger, what? Ich dachte negativ. Ich dachte negativ. Nigger, what? Ich mach das wie... Okay. Cool. Prox. Da geh ich mal... Oh, tsch. Zock. Oh, lol. Oh, jetzt hat er mich noch CC'd. Oh, lol. Ja. Oh, dieser Bengel, Alter, dieser Bengel. Das ging zu schnell. Ja, das ging viel zu schnell. Mh. Da. Das ist das Parkemann. Eins hat's immer noch gelangt. Ach. Hast du den tollen Rossschwanz hin? Was? �� da. Ein Rohrschwanz. Dein Kopf. Ein Rossschwanz. Ein Rossschwanz. Rossschwanz? Was ich nenne? Rossschwanz? Das ist, äh, oben? Also von der Frisur her bei dir. Hör. 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 Alter, da sind das deine Gluten, oder was? Ne, das waren meine Schenkeln, nicht meine Gluten. Auf den Gemma Dass es bei dir wieder abgeht Wir gehen auf den Furorkrieger Okay Weil Der hat keine antimagische Hülle Dafür reflektieren, ne? Ja, einmal Ja, ne Das kommt dann auch wieder daher Bist du eigentlich schon tot? Achso, ja gut, das stimmt Ah, jetzt Kekse Also voller Bürst, okay Voller Bürst auf den Führer Führer Voller Bürst Voller Bürst Ich flankier sie Voller Bürst Okay, bürstet mich Da-da-da Da-da-da Er zieht Deffi 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 kriegt zu dir Du musst auch bald mal Ja, ich hab schon Ich hab schon Ach ja? Denkst du es gar nicht Ah, oder was? Hiki Ja, der ist da Sehr gut Ich hab nichts mehr Jetzt musst du ihn töten gleich Execute Oh lord Geht doch alles Da hast du gar noch gelebt Wir haben beide gelebt Ja Das gibt's so selten Ja, ich hab auch Ja Immer muss einer den anderen rächen Sich grausam Ja Unsere Schicksal dazu Ewigkeit dazu verdammt Immer den anderen zu rächen So ist es Du bist Sag mal, wie oft Komm wir heute eigentlich In dieses Scheißrohr da runter Das gibt's ja wohl nicht Sind wir eigentlich Rohreiniger, oder was? Ja, sind wir auch So wie Klempner, oder was? Hab ich ein dicker Bauch Und bin Italiener, oder was? Muss ich ja mache Die Rohre frei, äh Ich weiß ich nicht, äh Was ist das Schütze? Muss ich ja mache Die Rohre frei machen, äh Weil ich nicht die will Du bist mal nicht so rassistisch, du Bängel Äh, du hast angefangen, du Bängel Ja, das war eine Referenz auf Mario Du kommst ja wieder mit deinem Italiener-Dialen Der ging auch in Rohre rein Der ist auch Klempner übrigens Deshalb sag ich ja Ja auch Ey, wo fängt er mal jetzt eigentlich? Äh, geh mal auf den Mario Ist das ein Tank? Ja, sag ich doch Hast du Kekke genommen? Nee Ich hab jetzt Okay, der kann nichts Geh mal auf den Der hat 300 irgendwas Geh mal auf den Jäger Auf wen? Auf den Tank? Auf, auf Ja, würde ich sagen Der ist aber auch nicht in den Bärchen Der ist nicht in den Bärchen Komm, wir gehen auf den Jäger Bis das ist Ja Oh nein Ich kann den einfach nicht schieben, ne? Oh lol Ja Ja, der ist Himmel Jetzt mal gucken Jetzt mal gucken, ob der uns jetzt noch runter zeigt Wer geht denn jetzt Bärchen in die Arena? Der denkt so Ah, die gehen alle auf mich Danke für den Free Win Ja Ja Das war jetzt geil Oh, das war jetzt geil Immer ja, spielt er mit ihm Vor allem dieser eine Belagungsbrecher und dieser Jäger war wieder halb down Ich hab's gemerkt Das war ja Wahnsinn Geil Okay Oh, ich kann mir meine zweite Waffe kaufen Nice Oh, das machen wir dann bis zur nächsten EP Okay Ciao, ciao Der Abschluss Machst du jetzt hier die Videos, Schluss oder was? Oh, du stehst zwischen meinen Waffen Na los, tanz Lampada hindurch Schon wieder Talerane, ich glaub nicht Da ist irgendein Rohr Irgendein ist kaputt, man muss es finden Das ist schon eine Nebenquest Und Schutzkrieger Oh nein Okay, aber wenn er natürlich hier auf Gladi gespeckt hat Dann Stimmt Da war was Dann könnte schon scheiße werden Ich wollte mal noch einen Krieger leveln, damit ich das mal ausprobieren kann Gut, aber nimm er auf Kekse Weil ich hab ja schon zwei D-Specs Ah, okay Ich hab Kekse, danke Bitte Danke, dass er eh nahm Ja, ich kann auch Geh mal auf den Jäger Jäger, ja, ja, bis er Blocked Das war sein Block, sein Block Sein Zuhause, sein Block Mein Zuhause, mein Krog Spektraler Krog Ich geh voll rein, okay? Okay Oh Gott, ich bin... So viel zu dem, Tim Oh, er will mich Er ist geschiebt? Nein Er ist geschiebt Da hinten ist der Vahri Ja, jetzt bin ich geschiebt Gut Geh im Block Vahri, schalb down Du auch Bist du jetzt im Block? Nee ... Den Block Ja, du Im Block Ich hab kein Block Ja, halt Das Ding Und was Da kann dich in kalten schutz kriegst du bist ein kleiner der jäger der ist 700 neun tausend jahr ist nämlich den trollen jetzt muss aber ordentlich damit fahren 600.000 kam schon nein der macht das sehr gut mit dem strahl ja aber es bringt ihm nichts er hat sich ein bisschen natürlich er hat sich strong und strahl geh weg ja strahl geht weg nur was sagen hast kein blink mega aber das habe ich der krieger die schnetzeln sich hier lieber raus geht gleich wird er dann hört ja sehr schöner fräze sehr schöner fräze ich sehe keinen einzigen hoffentlich bald eine neue animation sind so lame aus sehr schön wo er will sich heilen er läuft um die kenne der braucht nicht ein strahl der braucht nur ein paar kisten ist dein zweiter block ready der ist schon genutzt ah ja der ist ready jetzt göttliche kombo hier vom jahr ist gefahren da geht er auf die stanz oder krieger geht sich ein nein ich wünschte ich könnte eingreifen aber ich kann nichts tun ich bin ein geist er hat halt auch keine wut oder sie ist nur bei mir so aus jetzt hat er ja ja er zauberer fliegt schon abgelaufen nein uuuh verfehlt ja oh da fällt er runter der hüi nein war absicht oh da steht ein banner nice alter was bist du für ein bro oh hat es heilt er sich voll hier leck ist das ein banger zauberer flie läuft perfekt ja perfektes timing für den block ja er hat so viel wut jetzt kann er sich bestimmt hart heilen das ist leider so aber ist nicht die zeit in unserem vorteil je mehr zeit vergeht dann kann er sich nicht mehr so strong heilen oder ähm das kann sein weiß es jetzt gar nicht hätte ich gesagt sehr schön ja es ist eine mitte keine kiste weit und breit oder strahl kommt nein nein hat wenig leben ja ich will auch dass du ihn hast ja er kriegt so wenig schaden der lüge ja das ist wahnsinn hast du wieder damage cds ready oder sowas ähm ich muss schauen ne oh god oh god oh god nein da hat er ihn geschnetzelt arschloch das ist doch wahr aber schöner kampf hier ja für den abschluss meine lieben freunde wir springen jetzt gleich da runter aber vorher äh die übliche ansage ein link zu hier ist noch nicht vorhanden im youtube kanal in der video beschreibung nice und ich bedanke mich fürs reinschauen wenn euch die ep gefallen hat bitte bewertet das video positiv schreibt einen kommentar und wir sehen uns wieder das nächste mal ich bin der muni hey ich bin der jeres und wir springen jetzt da runter ciao 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 oh lali bär oder was ich hab's gehört ja es reicht nicht oh fuck ja es reicht nicht